Herbert Kickl herrscht schon jetzt allerorts in der FPÖ-Parteizentrale, auf Zeltfesten, in Pressekonferenzen der politischen Gegner und bald wohl auch im Buchhandel. Die Profiljournalisten Gernot Bauer und Robert Dreiche haben sich die Arbeit angetan, dem Leben des einst unauffälligen Arbeiterbuben nachzuspüren und in Buchform zu veröffentlichen. Kickl und die Zerstörung Europas ist Biografie, Psychogramm, blaue Partei, Chronologie und Warnung zugleich. Ohne Kindheit geht es nicht, vor allem bei Kickl, der privat kaum etwas offenbart. Und auch Bauer und Dreichler bestätigen nach akribischer Recherche, dass Kickl am 19. Oktober 1968 in Villeach das Licht der Welt erblickt und in tatsächlich bescheidenen Verhältnissen in der Kärntner Gemeinde Radentein aufwächst. Weiters stellen die Autoren fest, die Familie ist NS-belastet. Der Großvater, ein Hilfsarbeiter, war der NSDAP beigetreten. Auch genügend intellektuelles Talent wird Kickl beschieden von seiner Schulzeit weg und eine Faszination für Militärisches. Medial bereits in Umlauf gebrachte Schnipsel wie Kickls Traum, nach einer Begegnung der Fremdenlegion beizutreten, bestätigen die Autoren durch Zeitzeugenberichte, ebenso den Kuss beim Flaschendrehen mit Schulkollegin Eva Glavischnik, der späteren Grünen-Chefin. Selbst stand der nunmehrige FPÖ-Chef nicht für Gespräche zur Verfügung. Dass der talentierte Nichtskönner Kickl, der weder Heereslaufbahn- noch Studium-Abschluss schließlich in der FPÖ landet, hat er laut Buch einer Zufallsbegegnung zu verdanken. Der damals stellvertretende Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie soll seine Kontaktdaten auf einem Bierdeckel gekritzelt haben. Der Rest ist blaue Geschichte. Über Umwege landet der sozial etwas verkrampfte Kickl bekanntlich bei Jörg Haider, unter anderem als Redenschreiber. Es folgte die Entfremdung, ebenso eine lange Parteikarriere, etwa als Generalsekretär. Aber kein Aufdeckerbuch ohne Aufdeckung, so soll der Wechsel der Parteiführung durch eine wilde parteiinterne Intrige begleitet worden sein. Weiterstecken des Buchs beschäftigen sich allerdings mit Kickls medial gut dokumentierten Ansichten zu Corona, Migration, Europa und allem anderen, was die Politdiskussion derzeit anheizt und seiner Psyche. So erfährt man etwa, Kickl hat große Augen und blinzelt kaum, was ihn manchmal fanatisch wirken lässt. Doch menschelt es dann und wann, denn er trinkt gerne Bier.